Hallo ihr lieben Heimkino-Gucker, ihr seid bei Kino im Wohnzimmer und die ISE in Barcelona, die Elektronikmesse in Europa, ist gerade zu Ende und ja, ich habe da was zu erzählen. Ja ihr Lieben, eigentlich bin ich schon weg. Ich bin nämlich im Urlaub. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, aber ich wollte euch nicht komplett ohne Video lassen und deswegen habe ich mir folgendes gedacht. Die Messe in Barcelona, die ISE ist zu Ende und ich war natürlich nicht da, weil ich absolut keine Zeit dazu hatte. Aber mein lieber Freund und Kollege, der Jörg Michels aus Luxemburg, der hat sich die Zeit genommen, obwohl er glaube ich auch die Zeit nicht hat. Er nimmt die sich aber immer und der ist glaube ich auf jeder ISE in den letzten Jahren gewesen und er war auch dieses Jahr da und hat einen Haufen Videomaterial mitgebracht. Ja, und zwar die Seite, der Videokanal Heimkino-Laser-TV. Vielleicht ist euch das schon Begriff, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, solltet ihr da dringend mal reingucken. Heimkino-Laser-TV. Da ist unter anderem der Jörg Michels zu sehen, der da wirklich viele, viele Sachen auf der ISE gefunden hat. Und ein paar Sachen, die haben mich auch sehr, sehr stark interessiert und die solltet ihr euch unbedingt angucken. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert bitte auch diesen Kanal. Das kann nämlich folgendermaßen interessant für euch sein, weil ich habe zumindest geplant, da in nächster Zeit auch ab und zu mal aufzutauchen. Also mit ein bisschen Glück findet ihr mich hier und da auch mal auf dem Kanal Heimkino-Laser-TV. Also den bitte abonnieren und in der Zwischenzeit, da jetzt von mir erstmal kein Video kommt, schaut bitte in eins von diesen vier Videos rein. Eins davon ist sehr, sehr interessant. Da geht es wirklich um High-End Heimkino-Lautsprecher. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ansonsten hier noch so ein paar andere Themen und wie gesagt Kanal abonnieren. Ich bin im Urlaub. Tschüss, bis dann. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.